recht herzlich willkommen zur 82 folge von simotrans ja wir sind unterwegs mit dem zug oder sind nicht mit dem zug unterwegs wollen den zug ändern der jetzt hier irgendwo kommt da ist er und für den müssen wir dann neuen bauen gucken wir mal gerade in den bahnhof wie ware hier ist 106 der ist auf dem weg kann 72 und wir haben letzt mal noch lkw ist gemacht das heißt wenn bis der da ist ist hier bestimmt schon zwei fuhren sozusagen da das heißt wir setzen auf jeden fall den zweiten zug da noch ein wo man da kommt einer und da kommen noch mal drei dann auch schon einer vierer zum 116 tonnen und es kommt noch zwei zwei drei vier fünf sogar noch der unimog der ist ein bisschen lahmarschiger qualm doch mehr 126 und so zog noch nicht da und ist schon zwei ladungen für den da das heißt wir machen auf jeden fall einen neuen 164 183 111 sind da obwohl er jetzt schon geladen hat das ist so reichlich und das geht es noch ordentlich voran kommen wir jetzt gleich haben wir schon die zweite ladung da da zwei ladungen noch da und er ist noch nicht weg groß gut dann gehen mal oben zum lockt schuppen und bauen da neue lok zu neuer zug schnell können unsere gleise 90 km haben wir gebaut das war demnächst gucken dass wir da vielleicht auch schneller bauen dieses ist unsere letzte standard log mit 75 km 90 die würde diese ganze geschichte voll auslasten die kleine lok hier 2 28 oder so 295 die kann 120 und die kann 140 würde ich sagen nehmen wir dieser und hängen da ein paar länger dran machen wir hier mal getreide und dann gibt es die zwei anhänger zwölf tonnen und 30 tonnen nehmen natürlich die 30 tonnen der kann sogar ein bisschen schneller fahren nach so fünf behalten wir glaube immer als standard wenn ich noch ein nehme ich glaube dann schon der nächste oder da gehe ich von aus vor allem ist das jetzt hier so rot angezeigt werden aber das sind trotzdem erstmal genug 3 4 5 6 7 8 8 x 3 sind 240 reichlich gut dann müssen wir den nur noch da drauf sitzen getreide h6 döbeln und starten das ganze so da kommt er jetzt raus den nehmen wir mal mit ins visier und lassen ihn fahren oder das flott unterwegs mit 90 na gut okay dann müssen wir nachher überlegen ob wir den alten nicht rausnehmen weil man soll er den überholen und dann gehen wir mal runter das war hier da war noch die alten dumpblocks dann da müssen wir wirklich checken ob man den nicht rausschmeißen glaube ich sollten wir das gleis mal noch durchziehen das ist 90er und dann machen wir das wie schnell ist das 150 160 sogar das bedeutet wir ziehen den mal da durch und dann gibt es noch ein signal hier und da gibt es auch noch ein signal passt und die beiden dazwischen die kümmer glaube gut der kann da und auch da okay hier ist noch einspurig dann was machen wir da hier noch nebenher bauen machen wir das machen wir das und da machen wir keins hin und das machen wir da mal we ch weg den nehmen wir und dann das weg und dann nehmen wir das weg und dann nehmen wir das weg so sondern dann sollte das bis dahin funktionieren ich werde bis dahin weiter und hier unten geht es auch noch weiter ach so ja das ist die strecke nach da drüben dann das wollte man vielleicht mal darüber nachdenken hier noch es war hier auf jeden fall zu bauen machen wir mal 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 auf jeden fall da auf der insel noch was war ich Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber besser da eine haben, als dass die ganze Strecke so ohne ist, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wer da fährt oder nicht fährt. Gut. Okay, dann haben wir das da. Er ist schon kräftig am Fahren. Wo ist er? Ja. Okay, dann schon wacker da durch gleich. Ja, hier ist überall zweispurig. Da ist es im Endeffekt auch zweispurig. Da oben ist auch überall zweispurig. Alles gut. Hier auch. Läuft, ne? Hier ist nicht zweispurig. Ist das der Maschinenzug, ne? Hat der abgeliefert, oder? Ja, bestimmt da und holt jetzt was. Konnte man hier nicht geradeaus durchziehen? So komisch aus, ne? Naja, der wartet auf jeden Fall da auf Ladung. Und er holt jetzt was? Weiß ich jetzt gar nicht. Sollen wir gerade gucken. Der ist gleich da. Und lädt, ne? Beziehungsweise, er lädt nicht. Ja, den hätten wir umstellen müssen. Naja, jetzt ist es auch egal. Ist ja die Strecke nämlich da hingefahren für lau, ne? Ja, weiß ich auch nicht, was der da jetzt gerade mitnehmen sollte. So, der hat 42 Passagiere. Der hat 5. Also, das ist gerade nicht so doll. Und der ist aber voll mit 208, okay. Den kleinen, den sollten wir vielleicht drüber nachdenken auszumustern. Gucken wir mal, wie viel der hier mitnimmt. Kann natürlich sein, dass er jetzt hier voll ist, ne? Weil der andere war ja schon voll. 5 war da mitgenommen. Und 104 ist voll, okay. Dann darf der auch noch bleiben. Lass uns mal gerade gucken, wie viel noch warten. Die fahren mit dem Schiff. Über Hardexen fahren hier noch 58. Die sind mit dem Bus unterwegs, okay. Ne, die 58 sind da nur noch, aber das wird sich dann irgendwo nachher rausstellen, wenn er wieder das nächste Personenschiff kommt. Gut. Wo waren wir jetzt hier? Ah, der ist schon am Chemiewerk, oder was er auch ist? Raffinerie, glaube ich, ne? Ja. Der ist natürlich flotter wie dieser hier. Weil der darf nur, oder fährt nur, 80 kmh. Naja, das geht sogar noch 10 kmh langsamer. Gut. Gut. Die ich da hier rein, könnte sein, oder? Ne, doch. Dann kommt er ja auch gleich weiter. Alles gut. Der andere ist schon unterwegs, okay. Der wahre Licht hier. 404. Okay. Reicht. Läuft, würde man sagen, ne? Der fährt gerade hier ein. Und der wartet hier. Und die können jetzt produzieren, oder was? Ja. Läuft. Und der wartet noch auf Ware. Gut. Aber Weizen ist gleich zu wenig da. Der ist voll, er darf nicht fahren, weil ein anderer Zuchter irgendwo im Weg steht, oder was? Naja, die Lampflok da. Okay. Funktioniert aber auf jeden Fall. Gut, dann lassen wir das erst laufen. Das gucken wir uns, denke ich mal, vielleicht in der nächsten Folge nochmal an, wie es so ist. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Karte und schauen, wo stadtmäßig vielleicht was zu tun ist. Hier nicht. Ist mal abgedeckt, Alexen. Ist auch noch mal, fast expandiert hier. Redenburg. Haben wir da letztens ausgebaut. Das ist aber auch okay. Waldeck. Ist noch im Rahmen. Floto braucht eine Bushaltestelle. Müssen wir dann mal gucken, wo die da hin muss. Und... Das. Das. Die ist da, ne? Ja, dann muss die da hin. Auch schön. Machen wir diese Straße da so um die Ecke. Und... Die da hin. Gut, läuft, ne? Jetzt müssen wir den Stadtbus Floto ändern. Wenn es den schon gibt, weiß ich gar nicht. Da gibt es den aber schon. Linie ändern. Und... Floto... Floto Leumarius Schmiede. Ist da. Fährt er noch da. Das heißt, dort einfügen. Dann erst in Adler. Bibliothek. Okay, das passt. Wie hieß der? Floto. Klosterstraße. Müssen wir suchen. Okay, die muss noch einfach hinten dran ergangen werden dann noch. Und das ist nämlich dann die letzte. Und dann fährt er wieder zur ersten. Wunderbar. Läuft, ne? So, der ist wahrscheinlich uralt. Schon blau hier, ne? Was kosten der? 3,71. Ja. Gucken wir mal gerade hier rein. Upsa. Der ist es mit 5,98 und der mit 3,46. Der ist sogar billiger, ne? Mercedes-Benz O322 Diesel. 54 Passagiere kann der. Der kann 58. Okay, da wäre der sogar kleiner. 50 kmh. Ja. 3,46 und der kostet 3,71, oder? Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir den mal. Und statt Post Floto starten den. Und der machen wir auf nicht laden. Warte, warte, warte. Ja, da also. Gut. Dann ist der erledigt gleich. Und der fährt. Das sollten wir in den anderen Städten dann vielleicht auch machen, ne? Wenn wir da die Städte ausbauen, dann wird auch ein neuer Bus da drauf gesetzt. Hier ist noch alles okay. Hier ist noch ein Zipfel dran gekommen, aber es ist alles noch im Bereich. Genau. Gut. Dann nochmal auf der Karte. Ne, das nicht, sondern das weg. Die haben wir. Dann gehen wir nach Döbeln. Döbeln ist auch abgedeckt. Ja. Wadolf Zell hat da was gebaut. Das bedeutet, da muss eine Bushaltestelle hin. Also doch wieder das auf. Das. Ah, dann ist die wahrscheinlich auf dem Berg da, ne? Da muss eine. Dann schütten wir das da auf, denke ich. Warte mal. Eins, zwei, drei. Also da muss es hoch. Kurz einmal nochmal checken, ob die da hin muss, aber ich glaube schon, ne? Ach so. Dann machen wir das so und so. Und da oben bauen wir so hin. Die Bushaltestelle. So, passt's. Das kann zu. Das kann zu. Da müssen wir die Linie nur ändern. Das ist der Stadtbus Radolf Zell. Der ist da. Da fährt schon besser, aber der ist auch schon uralt. Das heißt, wir ändern erstmal gerade die Linie. Radolf Zell William McKinley ist da. Und Radolf Zell Jupiter Weg ist danach, ne? Genau. Dann fügen wir den dazwischen ein. Und dann müssen wir den Jupiter Weg nochmal suchen. Das ist der erste? Nein. Warte mal. Doch, da ist er. Titau ist da. Jupiter ist da. Okay, da muss er dazwischen. Das zweite Mal passt. Gut, okay. Und Statistik? Ne, Statistik war falsch. Details brauchen wir. Den mustern wir aus. Und den aus den setzen wir auf die Linie dann Stadtbus Radolf Zell. Da. Und starten. Fertig. Noch fährt der. Hat noch fünf Passagiere. Werden gleich alle aufsteigen. So. Ne, da war er noch nicht leer. So, Radolf Zell da oben habe ich gesehen. Da ist es überall gut. Dann müssen wir noch zur letzten Stadt. Die ist hier. Und da ist noch alles abgedeckt. Wunderbar läuft, ne? So, nur gucken, dass der da weg ist. Und wann sind die denn ausgestiegen, ne? Ach, da ist er. Noch vier. Jetzt fährt er wieder zurück. Die Karte kann man auch schon zumachen. Ja, und dann ist es das in dem Sinne auch gleich gewesen. Ja, der ist gleich weg. Ach, jetzt fährt er ganz weit, oder was? So, da ist er. Raus. Erledigt. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.